Oh Gott, da vorne, das da, dieses Herz, ist anscheinend die Hauptstation für Dr. Madman oder wie der Typ da heißt, ne? Um diesen Roboter zu zerstören. Und der Typ kontrolliert auch noch die Lava, das heißt, ihr müsst schnell laufen und hoch und zack. Warten, bis die Lava weg ist, Freunde, und laufen. Schnell, 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 schnell und springen. Oh, Alter, das war ja gerade mega, mega knapp.